Um den Schmetterling zu töten, musst du richtig nach ihm ran laufen und danach ihn töten. Versuch hier mal zu töten, den Schmetterling. SRG im richtigen Moment drücken. Wenn du im Lage genug ran bekommst, kriegst du ihn. Ich bin schneller als ein Schmetterling. Nee, du darfst nicht spamen, du musst einen richtigen Moment haben. Guck dir jetzt was zu... Du musst richtig nah dran. You will never get this! Da, oben ist noch einer. Versuch ihn zu bekommen. Arme na! Arme na! Freeze! Freeze! No! No! Junge, wir lassen das, wir lassen das. Nein, wir brauchen die Schmetterling, du musst sie fangen. Ja, mach du doch, ich krieg nichts auf die Reihe, ich bin schlecht. Ich kann doch nicht alle fangen. Du musst auch welche fangen. Ich weine, ich weine. Ich stelle das jetzt in Compilation rein, alter. Nein! Nein, das hat doch so gut getimed. Das hat doch so gut getimed. Ich bin auch so Pro Player. Ah, lol! Ich drücke die ganze Shift! Naaaah! Ich hab die ganze Shift gedrückt! Ich hab grad nur 2 Kohle eingesammelt. Wir brauchen 4. Sie hat eigentlich was, wenn man verkuckelte, äh, weil man abholzt. Dann kommt Kohle raus. Ah lol! Ich will mich umbringen. Wir müssten ganz, äh, mach mal Kohle rein, schnell ins Lagerfeuer. Shit! Ich hab kein Holz. Schwan? Ich krieg dich auf die Reihe! Schwan! Ich hab, ich hab vorher die ganzen, ich hab Kohle die ganze drauf getrunken. Ich glaub, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir eine Kiteskits kommen. Raus. Warum ist hier ein Level-3er-Nest, Alter? Ich will ein Level-1... Boah! Hahaha! Ich will ja echt nichts sagen, aber ich glaub, ich lenke. Wow! Axt! Längst du? So ein Scheiß aber auch. Hahaha! Nein! Uh! Nein! Oh! Oh mein Gott, Schwan, du bist so schlecht! So ein Scheiß! Was? Darfst du dir vorstellen, ein Dick-Spammer-Kapper? Salz! Sonst read ich dich sogar. Nee. Glaub ich irgendwie nicht. Das glaub ich irgendwie nicht, Schwan! Junge! So ein Scheiß! Ich will nicht mal treffen! Dankeschön! Juhu! Wuhu! Ja! Jees! Erre genommen! Eier entwendet! Oh shit! Ah! Putze! Oh shit! 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 Da sind keine drin gewesen Kommen die Steaks jetzt Ja Ben hat dich tot Kenn ich auch Schwul Schwul Es ist schön, es ist frei Ja, freie Sexualität sag ich so One Punch Man in Willig Nämlich ist das One Piece Das ist One Piece Das ist definitiv One Piece Ja Das tut weh Das tut so weh Ich habe jede JoJo Folge Jede JoJo Folge gesessen und jedes Mal das Opening mir angehört Und ich habe das nächste und das vierte Opening vergessen Wisst ihr, dieses scheiß Anime Hat fünf Staffeln und hat insgesamt sieben Openings Nur für die dritte Staffel hat es drei Das werde ich hochladen, als du es wirst Also diesen Nein Ich save gerade, wir haben eine Chemisch-Potze irgendwie doch Es ist ähm Fuck, Alter Goethe, die können auch keine Ahnung Das hier wusste ich, Alter Kenn ich nicht Kenn ich nicht In einem Video, wo ich gesagt habe BAM, mit 29 und 40 Nein, nein, nein Ich bin jetzt stark bei Ah, den habe ich gesehen Ich bin jetzt stark bei Ich nicht Du bist eh gehofft Was soll das? Ich kann nur den Hentai Dropout Oh, fick mein Leben, Alter Ja Kenn's nicht Ich kenn's Ich kenn's Was ist das Problem? Kann man trinken Kann man trinken, ja Kenn ich nicht mal Ich weiß auch nicht, was das ist Äh, Digger, das ist der von vorhin Mit den Ollen, wo du gesagtest Disgusting Muss ich den kennen? Ja 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 Dabei lach ich immer Oh Keine Ahnung Mikasa 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 Der Schal und Fasageo-Flügel Alter, vor 5 Sekunden dachte ich noch, dass es Fairytale ist Ne dem Zeichen um rechts Was? Was? S1 Online S1 Online Lass den Attack von Teilen S1 Online Tim hat einen Rucksack mit diesem Wappen drauf Ja, das ist Ja, das ist Oh, ich hab den MeFisto MeFisto Ja, MeFisto MeFisto MeFist MeFist Oh MeFist Ich mag MeFisto Hauptsächlich ist er eh geparkt Der hat's nicht gemacht Ja, mit den DQ kannst du ja auch dodge nehmen Mit deiner B oder deiner E Hast ja genug tool zu Das sind die Q dürfen aber nicht eigentlich nie treffen War ganz okay, du hast gespielt Kommt jetzt einfach rein Nur um dich zu triggern Und du denkst einfach, was war das für ein Scheißplayer Aber ich dachte mir, das ist ein gutes Play Wird jetzt reingekutzt Eine Art Verheilung Ja I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to me Don't listen to me Jealousy Yeah This legacy You gon' see what's left in me You gon' see success in me Schöne Runde von mir Schöne Runde Schöne Runde Schöne Runde Schöne Runde Schöne Runde Ich weiß nicht ob das sarkastisch ist oder nicht War ne schöne Runde, ich hab drei Kids gemacht Das ist ähm Ich sag so in 5 Runden hat sich davor 1 Krüge gemacht Aaaaaaah Stalin Schalt dich Gin Weil ich Tonic mach Gin 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 ist ein kleiner Junge Dann Kutaro Weil er sich wie Futaro anhört Ist der hier Dann nehme ich Keiji Dann nehme ich Keiji Keiji ist ein Polizist Der eigentlich der vertrautswürdige besitzt Oh, fragst du mich überhaupt For the Chindorins It's about time If any harm comes to Sarah Chindorin I will stand against even US and Emi HALDA Miss Sarah is looking forward to the games Truly, her friend will also take part Du musst es vorlesen Ach scheiße Then Sue wasn't lying Hm Wait These E-Mails Waren denn parents Warum weißt du denn, dass deine Eltern waren? Egal One of Kai's parents belongs to the Kidnappers organization Denk doch mal selber nach Wenn er zufälligerweise eine Info weiß, die nicht genannt ist Gehört er vielleicht auch zur Organisation Oh Oh du Huren Ich hab dir vertraut Warum bin ich jetzt ne Huren, Alter? Achso Nicht du, ich mein Keiji Hehehe 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 Nein Wie lief ich jetzt like I move my sister? Okay, das ist ein bisschen zu creepy, Digga Ja Ist ein Trap, oder? Definitiv ein Trap Mach Kaffee ist... Spricht auch wie ein Mann, wenn es ein Trap ist Das ist ne Trap, aber nicht... Der ist zehn Jahre alt Das ist ne zehn Jahre alte Trap Kaffee ist bitter Miau Du musst aber nicht so zu, als wärst du noch nicht im Stimmbruch, Alter Hehehe Hehehe Und du... Weil du Fio bist, darf ich nicht um sein Das ist korrekt Film Hehehe 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 Nein, er ist Fondschutz Er ist Fondschutz Er ist Fondschutz Er ist mit einem Loot her Hehehe 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 Oh, ich weiß... Wir haben lebendige Augen Ich weiß, wen ich spiele Oh mein Gott Hehehe 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 Töte ihn Töte ihn We are partners in crime, Junge Wir töten ihn jetzt Hilf mir, Oni-chan Bring Wino Nee, Daiski Das ist jetzt die Frage, ob Yuen den erkennt Das könnte ich nämlich zu Tode triggern, was ich jetzt mache Mach Mach Ich will getriggert werden Trigger me Hehehe Haben sie irgendwann eingefügt 1 Punkt 12 Punkte Warte Zieh mir deine Rüstung aus Die darfst du scheiße Ich habe keine Rüstung Ah Hehehe Hehehe Das Ding You filthy human being Wait So Das bist du Nur so, wir können keine Trunen öffnen und rappen Ja Ja, ich wollte euch einfach noch keinen OP geben Hehehe Verständlich, verständlich Ich gebe euch OP, wenn Moritz auf den Server ist, dann könnt ihr Scheiße bauen Jaaaa Geh mal rein Okay Die Story ist richtig tief Kannst du bitte deinen Skin wechseln, Junge Hehehe Die Story ist extrem tief Wechsel deinen Skin Hehehe 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 Das war sie Hehehe Hehehe Das war sie, ey Hehehe Ich frag euch Ich spring wieder vom Kranch OLECHE 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 Hehehe Also, okay, ich kann es mal auf jeden Fall lesen You are a boy named Zach After you get in trouble in school, your entire life is turned around completely ENDE ENDE Das ist ne gute Story Ne, aber das Ding ist, so ne Storys sind voll okay, wenn der quasi danach erklärt wird was passiert ist Meine Erwartung von Map ist, die Story wird vertieft, erweitert und auf dem billigen Stück Scheiße da für Soli-Golden-Experience Bring ihn um, bring ihn um, bring ihn um Du bist nicht die Requiem-Version, du bist nicht unbesiegbar Ich bin sch... Alter, der sieht wie Avatar Argen aus, Alter In Gelb Das ist Gold-Experience Das stimmt, du siehst wie Argen aus, nur mit einem Gelb-Lila Guck, guck auf mich Stefan, ich hab Argen aus... Okay, ich... ich gönn euch Das ist ein lila Pfeil aufs M-Kopf Warte, seid ihr jetzt OP? Never change your running system Er schlägt mich, Julian Tötet ihn! Wieder mit dem Knecht Könnt ihr die Truhen aufmachen?